Wie kann ich an alle schreiben? Oh Gott! Ich wollte, dass die Leute sich opfern, dann hätte ich einen Clip gehabt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Er steht in der Piste-Round, 4 Kills, 1 für Ace entfernt, stellt sich auf Bombspot offen hin und fragt, wie kann ich mit allen chatten. Hey Freunde, ich bin hier um euch kurz daran zu erinnern, dass ihr was essen sollt. Denn Nährwerte braucht ihr für euer Gehirn, wenn ihr beim Zocken auf 100% sein wollt. Und genau da kommt mein neuer Partner Ahead ins Spiel. Auf Ahead-nutrition.com findet ihr nämlich viele Produkte, die zuckerarm sind, aber euch bei euren Mahlzeiten unterstützen können. Wenn ihr also das Problem habt, dass ihr nebenbei viel snackt beim Zocken, dann könnt ihr das hier ein bisschen gesünder tun. Und das in vielen verschiedenen Art und Weisen mit Trinkmahlzeiten oder auch Riegeln. Davon gibt es übrigens auch viele vegane. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, gib ein Probierpaket. Du kannst dir ganz viele verschiedene Riegel bestellen und dich einfach durchprobieren. Auf Ahead-nutrition.com findest du alle Produkte, die Probierpakete und mit dem Code BENI10 sparst du dir sogar 10% bei deiner Bestellung. Happy Snacking und viel Spaß mit dem Video. Ich mache jetzt alle Streams auf und schreibe überall einmal ran und dann gehe ich kurz ein bisschen. Ich verstehe, wie es ist so different, was der Typ macht wirklich. Und wenn du siehst, wir haben keine Wichtigeren als zu tun, ne? Hier geht es gar nicht, wo wir switchen. Ich will jetzt WTF. Valorant, oh mein Gott. Komplett vergessen. Ja, ich komme. Ich habe das komplett vergessen wieder. Und jetzt Pauli, Chat. Jetzt Pauli. Valorant. Im Elden Ring-Boss-Kampf. Look at him. Was ist los, Raffi? Bro, die Reaktionen von allen drei, wo ich gerade reingeschrieben habe, dass er mit Valorant spielt. Ich kann es nicht. Stegi war gerade in Minecraft und hat irgendwie... Kennst du die Tochter von Mr. Krabs in Spongebob? Perla? Ja, Perla, ja. Ja, er hat irgendwie versucht die zu bangen, glaube ich, in Minecraft. Was? Und Hugo hat einen mentalen Zusammenbruch bekommen, als ich ihn an Valorant erinnert habe. Und Pauli hat jetzt immer noch nicht den Chat gelesen, weil er gerade gegen einen Sekiro-Boss fight hat. Diese kleinen Wichser. Ich will jetzt Valorant spielen. Achso. Ich habe den Titel geändert. Ich habe einfach den Titel und das Game geändert. Ja gut, ich muss Valorant spielen. Bei Pauli gilt keine Sommerzeit. Also es müsste eigentlich Ukrainer sein? Ja, aber dann weiß man, dass der Action kein schlechter Call, oder? Eigentlich ein akzeptabler Call, ja. Wie viele Zeitzonen hat China? Drei. Acht. Eine. Los. China legt nämlich das Konzept von Zeitzonen ab. Ich schwöre. Hauptsache in VCT Stream auf Gangster 1-12-0 in die Camp zeigen. Ich schwöre. Ey, hallo, hallo. Ey, hallo, ey. Ich bin absolut bei Armin, ich bin absolut bei Armin. Hör doch auf, Digga. Du bist reich, Digga. Hör doch auf. Hör erstmal wirklich auf. Die haben dir geantwortet. Wir machen Morse. Digga, nein, jetzt rein. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich muss raus. Hugo, wir sind ein bisschen weiß. Ich muss raus. Hol dein Öl, Hugo. Hol dein Öl. Jetzt rush B, rush B. Nein. Ey, Digga. Ihr wollt nicht verarschen. Hol dein Öl, Hugo. Rush doch B, Digga. Wir verlieren die Runde, ihr Vollidioten. Lass mich rauschen. Lass mich raus. Niemals russchen. Wir tun wieder noch der Headshot. Na, die 30 Sekunden. Ihr seid alles scheiße. Ich habe einen richtig guten Kommentar von Blueberry im Chat bekommen. Hacker geschrieben, er redet von Gamesense und fällt mit Sova neben Kiljo Turret Flank. Zwei bots sind besser als einer. Es macht echt Spaß mit euch zu spielen. Es macht echt Spaß mit euch zu spielen. Es macht euch zu spielen. 10 HP, 10 HP. Let's go, guys. Wir wollen ein. Cool, let's go. Yes! Hey, Raze, Raze. You're a very good person. No, it's all good. But please get that microphone out of your ass. Oh my god, shut the fuck up, bro. Fokus gegangen. Da war noch einer. Oh mein god, also ich würd sagen, wen ihr neuer Statter-Mail Team ist hier sicher. Es ist nicht A. Oh, ne Moment. One C was reloaded. Hey! Oh! 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 Was soll das? Yada. Kannst du einfach herkommen und wir healen und wir spielen das selbst runter? Nö. Kannst du mich trotzdem heal dann? Den links von dir? Nein, ich spiele gerade Street Fighter. Das ist die Ghost Bro, warum Guns kaufen, wenn du ne fucking Ghosts haben kannst Good job Es kracht, Junge. Ich mach kurz Wallhack, warte. Es luchst durch die Ulch. Das ist du. Danke fürs Tragen. Ist das frech? Ist das Sebastian Kurz? Wie heißt denn Lou nochmal? Was machst du? Ich hab gar nichts gemacht, es ist einfach passiert. Es ist keiner mehr da, du bist alleine. Du kannst immer von unten. You're a good man. You're a good man, Player 2. Yes, yes. What did you say? Player 2 is a good man. He's very attractive. Handsome guy. Big cock. Okay, I am attractive but not big cock. You also saved my cat from a tree, guys. Yeah, I also gave you a million for that pencil. Remember? You gave me a really sloppy blowjob in one of the dark corners down the alley. Yeah. It was a good one, though. I loved it, yeah. Can't lie. Yeah, exactly. What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Was ist er denn für ein Cringe-Law, Digga? Was ist das denn? Was ist wer denn? Oh, I hit the best shot of my career. I didn't know this. Bish. 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 Bro, you remind me of someone. Ich hab die so gebrochen da mit der Haukratz. You know, you know, ohne? Ohne, you know ohne? Ohne Pixel? Hey, look bro. I had a losing streak of 12. I lost 200. I lost 200. And today... This is my... I won three games before this. And this is my fourth game. And if I win this, I'm back to Immortal Baby. Who? 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 I got a good shot today. Bish. You have fucking arrow, man. You have arrow, man. Last player standing. They got arrow, man. You have drone, man. Fuck you, man. You're rotating from C, man. They're walking. You don't have any info. You're rotating from C, bro. You remind me ofニahating a retro fazer? What the fuck? Bro, but he's gonna do it in every fucking site, man. He just staying in K.S.K. Und dann bin ich weg von meiner Seite. Keine Infos, sie sind weg. Ich bin so ZOBA, Junge. Was ist dein F***er Rang, Mann? Du bist ZOBA, Mann. Sie sind weg. Suck meine dick, Bot. Sie sind weg, Mann. Du hast es, Harbar. Ich bin nicht sicher. Nein, du hast es, ich glaube in dir. Du hast es, ich liebe dich. GG, Leute. GG. Du hast es, ich liebe dich. Nein, du bist okay. Ich bin okay. It's okay, we like gay people. Can you defuse, please? Yeah, yeah, I like them. Ich lass die jetzt durch. Oh, Mann, I don't have time. Soll ich einfach explodieren lassen? He is clean. Bro, please, come on, Mann. GG's. Defenders win. What can I say? Bro, die hat ein kurzes Schweiß auf den Eiern. One me. One enemy remains. Was ist das? Bitch, okay. Wait, bro, what the fuck is good? No, I, I fucking booted, but it didn't activate it. Yeah, I didn't have a voice. Ja, es war nicht nur das. Like, Q? The audio Q about it. Bro, kann ich aufhören, die ganze Zeit zu reden, Alter? Halt doch mal für vier Sekunden, deine Fresse. Ich will mit meinem Chat reden, du Bastard. That's fucking weird. Fucking idiot, Alter. So. Also. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Er ist einfach seit... Ey, halt's Maul jetzt, Mann! Ich glaube, der Omen wer ist. One enemy remaining. Hör! Was? Okay, sorry. Er ist wirklich littarisch, Atens. Dropped. Dropped. Auf der wall, 112. Oh, ich bin tight. Unlucky, man. Unlucky. Er ist trolling, er ist trolling, er ist trolling. What the fuck? Just, just to tell, man. You know you are very good, man. Ich hab dieses Spiel. No, he's not. Bro, ich hab noch mehr idiomas. Du bist mit meinem Vater und dein Vater und dein Vater. Und dann kommst du nach mir, dann kommst du nach mir, Alter. I'm definitely aundra, ich hab ihn nicht gehört. I can't understand you are o English, my friends. I was speaking like a dog. Shut the fuck up, son of a bitch. You are a fucking animal. You and your preemie, shut the fuck up. Oooooooo, attendente! A dog speaking, a dog speaking. Eres Atendente, Uro! Eres Atendente, Uro! Ich hauße Menschen. Bing Bong. Ey, das war so gut getimed, what the fuck.